Hergentoilette. Da muss erst mal ein abseilen. Oh, ist aber schickimicki bei Allianz Arena. Hammer. Schön, schön alles hier. Ah, ich hab mich... Ah! Ich seh mich selber. Ich hab es geschafft, in Minecraft einen Spiegel zu bauen. Ich bin der Beste. Bin der Beste. Warte, ich muss noch hier, Effekte. Ich bin der Beste. Der Beste, der Beste. Der Beste, der Beste, der Beste, der Beste. Jö, jö, jö. So, das war's. So, hier sind wir wieder. Schweine im Weltall. Das wollte ich unbedingt sagen. So, wir sind jetzt wieder bei Allianz Arena angekommen. Dabei ist er natürlich auch Hottock. Na, Leute? So, wir bauen jetzt hier, wir haben ja jetzt nicht mehr viel zu tun. Wir machen jetzt hier die Coloss. Oder in der Ungraumsprache, Leidensprache scheiß aus. So, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier, haben wir jetzt hier diese Dinger gemacht. Wie heißt das hier so abgetrennt? Dann machen wir eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir die erste Tür. Dann machen wir drei Stück Steine und dann die nächste Tür. So, das ist jetzt so aufgeteilt, dass ihr dann so einen Abstand habt von vier Steinen, Tür, drei Steine, Tür und dann, das war's. Super erklärt. So, den Boden haben wir jetzt hier so in, wer ist das? Dann dürft ihr euch aussuchen. Dorit haben wir genommen, also ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das haben wollt, euer Lieblingstoilette, Boden, hast du nicht gesehen. So, und dann geht's los, wir teilen es auf, ne? Ja, ich würde sagen, erklär erst mal hier die Mitte, denn du hast ja einen Dreierabstand gelassen zu beiden Türen. Das heißt, da, zack, erst mal einen so ziehen, ne? Ja, eine Wand. Dann sollten wir noch fünf bis zur anderen Wand haben und auf der anderen Seite halt auch nochmal so. Vier haben wir hier, nicht fünf. Achso, ja, vier, den fünften habe ich jetzt zugemacht. Ja, okay. So, jetzt haben wir drei gesehen, abgetrennt, eine, oder nein, das ist so. Ja, so, jetzt ziehe ich einfach die Mitte dazu mit Trichtern. Trichtern, ja. Und darauf platzieren wir dann einfach unsere weißen Glasscheiben. Aber da kann man ja wieder seine Lieblingsfarbe nehmen, ne? Ich bin wieder wach geworden, so, ich muss ja ein bisschen langsamer machen, weil, ey, der Moment wurde ja gestern zu mir gesagt, ich bin zu schnell. Also war das jetzt alles so, ne? Also, haben wir Glas genommen? Ja, damit das halt so ein Spiel ist, ne? Ja, so sieht es aus, ne? Also, da ist halt drüber gemacht, ne? Und da machen wir die Scheißhäuser hin, die Kackgehäuser. So, das heißt, jetzt hier habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ab dem sechsten machen wir hier erstmal wieder zu. Eine Wand. Willst du nicht noch rüberkommen? Äh, ich komme rüber, warte. Ich gehe jetzt, ich komme so. Tack, tack, und dann komme ich wieder. So, wir sind wieder auf dem Klo. Dann teilen wir das auf. Ihr seht ja selber schon hier, hier und da. Und dann komplett hoch. Oh. Dann haben wir hier zu, ne? Ja, auf der anderen Seite. Ja. Auch? Mach ich. Oder, machst du? Machst du? Okay, ja, mach mal, mach mal. Ah, und ich jetzt? Ich mache dann so lange, äh... Wollen wir mal hinmachen? Trichter oder was? Alles toilettemäßig? Oder halt den Dings, ne? Kessel. Kessel. Kessel, Kessel, wo ist der Kessel? Kannst du ja Wasser reinmachen. Kannst du auch ein Ei reinlegen? Oder so ein Wasser? Da hat mir irgendwann mal vor Ewigkeit mal einen reingeschrieben. Du musst da noch was reintun, dann sieht das original aus. Irgendwie so ein Ei oder so hat er reingelegt. Musst du da reinlegen oder so. Irgendwas hat da einer mal reingeschrieben. Wir wissen nur, was reinlegen. Wissen wir nicht. Turchschnitt und ich haben das dann ausprobiert. Aber ich dachte, man könnte wirklich was da reinlegen, aber... Sonst ist einer verarscht. So, äh... Das war ein Prank. Das war ein Prank. Äh, so, warte mal. Ich suche noch hier, äh, immer noch den Kessel, ne? Machst du was Frauen oder... Herrenklo. Beides ist das Gleiche, ne? Oder nicht? Oder machst du meinen Herrenklo noch ein bisschen Wein? Nein, die Herrenklo sind die Sitze... Sitze sind immer auch nach oben gestellt, ne? Ach, sicher, klar. Warum sind die immer immer nach oben gestellt? Weil die Männer keinen Bock haben, den Klodeckel runterzumachen, oder? Natürlich. Machst du den runter? Ja, klar, warum kann ich den runter... Da würde ich eigentlich die Schnauze kriegen, wenn ich den auf... Ja, gut, bei öffentlichen Toiletten wäre es mir egal. Da würde ich einfach nur, ne? Aber so... Ja, das sind ja öffentliche Toiletten. Ja, ja, ich meine, so, wenn ich zu Hause bin, würde ich einen in die Fresse kriegen, so. Also, ich habe jetzt, äh... Ey, ich finde immer noch nicht den Kessel, weil ich jetzt mit dir quatsche. Der ist ganz hinten. Du musst ganz hinten gucken. Ach, so ganz hinten ist der. Gut, mal ganz hinten. Wo ganz hinten? Bei welcher Kategorie? Dekoration ganz hinten, oder was? Komm, komm, ich habe ihn jetzt. Ich habe ihn jetzt. Komm, ich packe ihn hier hin. Nein, ich will den selber suchen. Ja, dann packe ich ihn jetzt. Dann haue ich mich da hier. Dann habe ich mich voll lüllers. Trichter, ne? Oder was? Ja, da bei Trichtern ist der. Ja, habe ich auch Trichtern. Hast du das Trichter gesagt zu mir. Mann. Das hat das Trichter gesagt. Aber schließt. Hier, ich habe Kessel. Ne, ich will den selber finden. So. Ich will den selber finden. So, Nahrung. Werkzeuge. Obwohl ich Minecraft so schon lange spiele, kann ich mich nicht merken, ne? Weil ich Alzheimer habe. Wo die... Wo ist denn der Trichter? Willst du dich verarschen? Was ist denn der Trichter? Du Kessel? Pass auf, ich packe ihn jetzt hier in die Ecke. Und dann sagst du, boah, da ist er ja. Wo? Da ist er. Guck mal, da geht's. Guck mal, da liegt einer. So, jetzt hast du ihn gefunden. Aber ihr habt ihn immer noch nicht. Ja, der ist, wenn du im Creative bist, ganz rechts. Da beim Lava einer ist er. Lava einer. Da ist der Kessel in der zweiten Reihe. Dekoration. Von der rechten Seite gesehen, die vierte Sache. Trichter. Trichter Lore? Lore? Nein, der ist, das ist da nicht. Das ist bei Verschiedenen. Ey, sag mal. Verschiedenes. Ganz rechts. Ganz rechts in der Leiste oben. Ganz rechts oben in der Leiste. Da ist nichts. Da ist nichts bei mir. Amboss. Ach, da ist der Trichter. Ey, natürlich, was ist das denn? Das ist doch eigentlich. Ich stelle doch. Der sieht ja ganz komisch jetzt aus. Haben Sie das verändert oder was? Das sieht aus wie ich war. Da kam mir Blöcke dazu. Hier, Enderkristall kam doch schon dazu. Darum ist der heruntergewincht. Ach so. Der sah ganz komisch aus. Ja, weißt du. Genau deswegen habe ich ihn nicht gefunden. So, jetzt machen wir ein bisschen Wasser rein. Oder was? Und Deckel drauf. Auch noch. Ja. Und für die Leute, die das Detail dienen, die können sich noch eine normale Glaswasche nehmen und können dann ein bisschen Wasser abschöpfen aus dem Kessel. Ach so. Damit wie Wasser aussieht da was. Aha, aha, aha. Ja, nee. Cool, besser als gar nichts. Und dann ist mir noch eine Verschönerung aufgefallen. Und zwar, bei Toiletten ist da nicht die Trennwand eigentlich bis zur Decke, ne? Könnten wir ja theoretisch ja das hier noch mit so. Ja, genau. Aber was ist mir so aufgefallen? Das ist so ein Trichter, ne? Wenn der so da hängt, kann man den nicht, äh... Warte mal, ein Trichter... Nee, kann man auch nicht machen. Dass er so halbwegs auf halb acht da hängt. Wir sind nicht in Indien. Na, in Indien nicht. Ich meine jetzt so, ach nee, dass er so nur halb da hängt. Kann man nicht, ne? Weil er ist dann ziemlich hoch, ne? Da auf den Klo zu kriegen. Wir könnten auch noch... Verstehst du? Dass ich das so habe, dass das so geht. So, verstehst du? So in der Höhe muss das sein. Ja, so will ich doch nicht. Ich meine, da sollte wegen den Steinen, wenn ich den so reinknalle, dass er so in der Höhe ist. Nicht, dass ich jetzt noch im weißen... Okay, dann lass mal so, das war's. Das sieht geil aus. Ja, super. Und dann machen wir jetzt Türen dahin, ne? Da eine Tür, da eine Tür, da eine Tür. Zack, fertig, ich sag's los. Und dann kann man noch... Dann kann man noch... Ein Föhn nehmen. Man kennt es vielleicht von öffentlichen Toiletten. Ey, ich bin am Scheißen. So, jetzt. Aber wieder die Toilette. So, jetzt. Vielleicht noch so ein Föhn. Hand, so für die Hände. Ah, das ist gut, das ist gut, ja. Kenn ich. Und dann kann man immer noch... Wo jetzt? Einen Blumentopf nehmen. Oh, noch einen Blumentopf. Und dann packst du jetzt irgendwo eine Ecke. Und dann ist das so ein kleiner... Mülleimerding da. Achso, oh. Oh, das ist eine feine Idee, ne? Schickimicki. So. Und dann noch die Tür. Ja, so sieht das Klo aus, ne? Ja, das ist die Toilette. Ja. Das sieht man noch. Das ist die Toilette. So, jetzt machen wir jetzt noch die Tür rein. Patsch. So. So, so, so. Da, so, ja. Okay. Aha, aha, aha. Ja, das ist das Klo. Schick. Sehr schick. Man kann ja immer noch, sag ich mal, dann so Schilder anbringen, ne? Das schreiben wir jetzt mal. Kann man ja so Herren und Damen noch so raufschreiben, ne? Dass man weiß... Ja, das kann man auch mal... Ja, an der Seite so Damen und Herren Klo. Kann man entweder auf die Tür machen oder daneben, ne? Wie man halt möchte. Ja, genau. So, das war jetzt erst mal das, die Toilette. Warum hast du denn jetzt so ein Ding gemacht jetzt hier? Kommt man gar nicht da hin. Da du ich. Ja, das ist ja... Es gibt ja manchmal, dass das Zeichen auf der Tür ist, ne? Dann kannst du sowas so nicht in Reinkopf machen. Dann kannst du halt so ein... Steht einfach rand kleben, ne? Oder eine Tür. Ja. Okay. So, dann haben wir jetzt die Toilette erst mal fertig. Und jetzt laschen wir erst mal hier noch in die Ecke. Also, das haben wir ja also soweit gebaut. Das waren wir ja alle da in Action. Und jetzt machen wir noch eine kleine Bar hier hin. In der Fläche, wo wir jetzt hier noch ein bisschen Platz haben. Hot Dog Boat, das ist mal ein schönes Regalchen dahin. Regalchen. Einmal einschlagen. Dann, wir gucken uns das mal richtig an, was da heute auch hier so bastelt, ne? In der Zeit trinke ich einen Monster, ne? Also, das ist schon schön, wenn man so mit einem Ballad, ne? Dann lass ich dir schmecken. Ja, ja, ja. So, jetzt habt ihr gesehen, was er gemacht hat, ne? Er hat die Lampe rein geknallt, da hat er die Regale, äh, die Bücherregale rein geknallt. Und dann hat er so die Stufen drumherum gemacht. Und tadaa. Sieht das aus, als wäre da was? Getränkeflaschen drin, ne? Getränke, Gläser, ne? Gläser, alles drin. So, jetzt haben wir noch, äh, was machen wir jetzt noch? Äh, 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 jetzt müssen wir noch Dings machen. Machen wir eine schöne Theke. Vielleicht den auch so, ne? Ihr Ding da, hier, sagt mal schnell. Ja, zapf an, zapf an. Genau. Zapf an, okay. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wie bei der Theke ist. Jacki, wie Hose. Das könnt ihr euch ausruhen, welche Farbe oder was ihr nehmt, oder? ich nehme jetzt so Holz, ich um mein Holz, ich um mein Holz, so ne? Ja und sein Holz. Ja und da ist ja Theke, ne? Geil. Da ist der Teppich rauf. Vielleicht noch. Wo du jetzt mal das Holz findest, was du verwendet hast. Ich hab ein Ding genommen. Damit nicht jeder Mann hier reinkommt. Eichholz, ja. Vielleicht kennt man so eine Klappe, ne? Ja, 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 so. Da muss ich auch noch mal machen. So, dann haben wir das gebaut. Und dann machen wir hier noch, also das ist jetzt nochmal eine Theke. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Bäume hin. Bäumchen, ne? Bäumchen. So. So. Einfach so. Ich wollte gerade sagen, scheißegal, aber ich kann David ja sagen, ne? Wir sind ja nicht hier im Fernsehen, ne? So, dann klappen wir hin, ne? Und dann kommt der Clou von Hotdog. Ein Bäumchen. So, bist du bei mir? Ja, Bäumchen bitte. Da muss man aber die Decke hier nochmal wegmachen, die Falltür, ne? Und dann, tschak, tada, was ist das denn genommen? Obergroßes Gras, oder was ist das? Großer Fahn. Großer Fahn. Okay. Man kann aber auch alles andere nehmen, ne? Ich helfe dir. Ich schlage das oben weg. Das ist natürlich die meiste Arbeit, die ich wieder mache. Dankeschön. Ja, so bin ich, ne? So. Das sieht ja schon ein bisschen dekorativ aus. Ja, gut. Auf dem Boden ist kein Teppich. Sonst hätte ich gesagt, können wir noch einen schönen Teppich hin. Aber das ist ja dann... Ne, ist ja kein Wohnzimmer. Das Einzige, was wir noch hier machen können, wo es so ein bisschen nackelig ist, vielleicht auch noch hier ein Bäumchen hier machen. Dann machen wir da ein... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt bin ich heute wieder voll durcheinander, ey. Wo ist denn jetzt wieder hier die... Alter. Gemälde. Kleinen wir mal eins hier hin. Wie es aussieht. Welches nehmen wir denn? Das ist auch wieder euch überlassen. Das kann ich jetzt nicht sagen, welches Gemälde euch gefällt. Ich nehme jetzt irgendeins. Was machst du da? Darf ich nicht? Ich will auch mal gucken. Und dann müsst ihr von da, vom Baum aus, machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir das gleich hier auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kommen Bäumchen hin und dann haben wir genau die Mitte. Ja, und dann hier auch hier so... Irgendwo eins hin. Klatsch. Klatsch. Am besten immer solche länglichen, ne? Na, ich mache jetzt einfach nichts. Eins, zwei, drei, vier. So. Das gleiche hier auch. Eins, zwei, drei, vier. Und dann da einen hin. So, bitte. Beginnen Sie jetzt. So, dann ist das hier auch ein bisschen voller an der Seite. Da sieht das nicht so, äh, lackelig aus. Wo wie Hotdog schon sagt, dann machen wir jetzt hier ein Schild rein. Äh, Mann, Frau. Hast du nicht gesehen? Äh, das ist ja da. Da. Ich schreibe Frau, du schreibst Mann. Ich schreibe Dame, oder was? Ja, Dame. Mach ich Herrn. Dame. Achso, das ist die Dame, das ist der Herr, ne? Steht immer noch nicht da. Ja, ey, das ist an mich doch... Ich verfeiner, das steht noch. Achso, du verfeinerst das. Komm, wir doch jetzt... Finde das noch verziert, oder was? Ich seh noch nichts. Achso, noch ein Pfeil, damit man noch weiß, ne? Also das für doof ist, ne? Oh, warte, 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 warte. Noch nicht gucken. Ich hab die Sitze oben gelassen, wenn du die Damen hast. Ah, ja. Warum bei Herrn ist er... Sonst gibt's noch Anschiss. Ja, ja, ja. Bei dir muss ich die dann hochklappen. Achso, ja, dann hast du... So, dann haben wir das ja alles soweit fertig, ne? Ja. Ja. Also haben wir noch eine Theke, das ist so, hier ein bisschen dekorieren. Dann haben wir die Toilette gebaut. Hier noch ein bisschen schickimicki machen, das war's. So, dann haben wir die Etage. Vielleicht kann man ja noch in der Theke noch so Schilder anbringen, ne? Und damit das, weiß ich nicht, so eine Verkleidung, ne? In der Theke noch. Ja. Ja. Guck. Ja, das ist ja so... Ja, kann man doch auch so machen, ne? So. Das ist jetzt die VIP-Launch von Allianz Arena, die erste. Ne? Ich hoffe, das hat euch gefallen wieder ein bisschen, ne? So, hier. Hier sind wir jetzt soweit fertig. Und dann begeben wir uns bei der nächsten Folge noch hier unten hin. Und dann ist das fertig. Dann ist die Allianz Arena Schicki und Miki, ne? Aber muss ich denn nennen? Dann geht's zum Anspiel. Ach, ein höher ist das. Hier oben müssen wir nennen. Okay. Dann richten wir die noch ein hier. Die Etage. Ja, und dann haben wir die Allianz Arena fertig. Und dann, ja. War's das? Ne? Also, baut erstmal hier. Ne? Baut das hier fertig. So sieht's aus. Und wir sehen uns dann wieder mit Hotdog bei der nächsten Folge bei Play Sample. Ja, 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 Play Sample.